Ja und damit Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Phasmophobia Quizrunde. Schnelles Quizzen, damit wir schnell 4 XP kriegen, damit mein Bruder wieder leveln kann. Wir haben jetzt innerhalb von einer halben Stunde glaube ich, vielleicht doch ein bisschen mehr als eine halbe Stunde, sag gerade, innerhalb von einer halben Stunde ungefähr 14 Level gemacht. Ich glaube, du warst vorher auf 7, bevor wir angefangen haben. Ja. Wenn ihr mir graben wollt, schreibt es auch gerne mit in die Kommentare rein, Auflösung geht es immer nach jeder Runde. Und jetzt warten wir voll schuldig darauf, dass es weitergeht. Und jetzt geht es weiter. Und jetzt geht es weiter. okay er war normal unterwegs also kommt das nicht schneller oder den habe ich als zwischen normal und schnell eingeordnet also entweder schade maling reichu oder mare es wird habe ich noch gar nicht drauf stehen glaube ich ich glaube das ist eine marie machen wir die marie also nur ein langer gang kann man schon ungefähr zuordnen wurde denn hier gehört kommt natürlich was werfen damit zu dass wir verhalten gespenst aber der war noch mal unterwegs gespenst ist doch nicht viel viel schneller fragt manches mal hat man auch mit pech und hat man dann so rein All right, we're here. Take a look at the equipment and from air recording, we will start off. Okay, good. Abnazio! Abnazio! Okay. Oh, sorry. Also, er war... Ja, das denke ich aber öfters auch mal, dass die mal wieder reinlaufen. Aber manche Geistes interessiert das aber nicht. Die laufen dann einfach durch dich durch. Ja. Ein bisschen schneller. Mhm. Aber jetzt nicht auch geachtet, wie sie verschwindet. Und sie war immer relativ lange da. Das heißt, wir haben jetzt eine 10er Auswahl. Uni, Dämon, Poltergeist, Yukai, Yurei, die Zwillinge, Benji, Onryo, Yukai und Gon... äh, Gonryo, genau. Goryo. Hätten wir jetzt. Ich glaub, das ist ne Banshee. Könnte ne Banshee sein. Sie hat auf jeden Fall selber rumgejault. Gar nicht viel aufhalten. Nö. Das ist ein Geldwert. Ich hab mal fleißig Fotos. Von daher kriegen wir sowieso mal XP. Oh, Geld. Ein bisschen. Mimik. Okay. Ja. Übel. Wacht der Übel und verschwand in der Wand. Bei Mimik. Mimik kann man irgendwie gar nicht rausfinden, dass es sein. Der steht da und hat den Orb. You're going in blind. Und dann wird die Stimme rausgefallen. Okay. Fast langsamer. Ja. Das war noch zwischen schnell und normal. Also normal. Das war nicht schnell. Das war normal. Normal. Gut. Normale. Eingetrogen. Es war am krabbeln. Ich hasse Krabbelviecher. Zumindest was das Rest angeht. Mein Ding. Hm. Okay. Ach. Wir sind einfach viel zu nahe dafür. Ja. Das ist ja schwierig, das was zu finden. Naja gut. Jetzt haben wir nicht so guten Lauf wie vorhin. Ja. 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 Aber das war sehr langsam unterwegs. Ja. Aber nur im Holz. Also er war langsam und wurde in unserer Nähe schneller? Nee, er wurde ja beim Holz nur gestoppt. Bei dem Weg dahinter war er echt langsam. War nicht so langsam wie Egon. Das ist kein Handtuch, skantiert dieses Mal die Mare. Garantiert, der war aber echt langsam, also zwischen langsam und normal. Oh, wow, ich lage richtig. Yippie. Right. Ich lage richtig. We have arrived. Check the equipment and get set up before investigating. Report. We have arrived. We have left in a hurry. Hi. Es wird dann langsam, in dem Dunkeln und zum bald das Strom kam, wurde er schneller. also ein Raichu oder ein Gin Raichu Raichu ein Raichu ein Raichu da boop ist gar nicht hier falsch dann hätten wir wieder einen Lauf der Mimik boop boop und da viel Heavy Metal Wir sind gekommen. Check die Equipment Wir sind eingefahren, die Taktion und die Zwinge an Oh ok Kommst du da jetzt drauf? Kommst du? Kommst du? Kommst du? Kommst du? Kommst du die Nein! Ich hab keine Hacker. Hä? Was zum... Ah! Nein! Ich bin auch tot! Was zum Hacker? Warum jagt der denn weiter? Äh... Der jagt einfach so weiter. Ey! Du bist so laut. Ja. Du bist gestorben. Schön. Der hat einfach weitergejagt. Dafür muss ich wahr sein. Ich hab gedacht, okay, dann kommt das ja hin mit den Zwillingen. Nee, für Zwillinge war das viel zu schnell. Ja. Das fühlen wir denn auch ein. Der jagt einfach mal aus. Ah, das war gemein. Das war gemein. Na ja. Egal. Ich hab gedacht, ich hätte das Feuerzeug vergessen, wo meins erst nicht an ging. Ich hab das Feuerzeug vergessen. Du hast das Feuerzeug vergessen. Ja. Ich mach ja immer Räuchersticken an und bauch einmal in den Geist, damit er direkt verschwindet. Ja. Der bohrt einmal langsam. Ja. Aber wodurch? Dann ist es mir recht. Aber wodurch wurde er jetzt langsam ab? Keine Ahnung, ist mir recht. Okay. Okay. Ja. Ich hab gar kein Obake mehr, ne? Danke. Ja. Das ist jetzt gar nicht die Nobake. Ein Dämon. Das haben wir auch schon lange nicht mehr. Ah. 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 All right. We're here. Take a look at the equipment. And from the airport. We're starting to use the game. I've got a report that the death of the air. Und so? So Wie hat's das vor? Take a look. Geist E. Nein, ich bin tot! Ich konnte nicht so schnell switchen. Wo ist er denn? Das Ding, du... Ich bin überhaupt nicht sicher. Nein, ich auch nicht. Ich habe auch nicht viel von dem Ding gesehen. Oh Gott. Hier geht noch mal, ja. Nicht gestochen. Ja, ist. Ja, gern. Ja. 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 Er kann überall durchgehen, das ist ein Gespenst. Nee. Er konnte einfach so durch die Zellwände durchgehen. Ich trage mal Gespenst ein. Ich bin die falsche, ich gehe falsch. Im Endeffekt ist es egal. Mal gucken, mal gucken, was es ist. Meiling. Okay, ich habe auch gekriegt. Naja, scheint ja auch nicht. Achso, ist schon bereit. Anscheinend ja nicht. Meiling hat man sonst immer ganz gut erkannt. Man hörte mich erst gar keine Fußschritte. Und ich hatte jetzt Gespenst gedacht, weil er einfach so durch die Zeltwand durchgelaufen ist. Also, das macht keinen Spaß. Doch, der schon. Nee, Gespenst kann durch Türen einfach durch. Ja, aber der ist dann durch ein Zelt, durch die Zeltwand durchgelaufen. Und durch Schränke, aber nicht durch Wände. Ja, ist auch wie eine Tür da. Wieder so Krabbevieh. Ohne. Ist gefühlt bei der sehr lange weg. Okay. Ich konnte die gar nicht richtig sehen. Darum. Ein Fatum. Gucken wir mal, ob das richtig ist. Gucken wir mal. Ja, du. Yay. Nächste Runde, nächstes Glück. Level 25. Springt der einfach so mal 4,5 Level hoch. Wie gut ist das denn bitte? Okay. Ja, wir sind hier. Verst du mal an den Musken? Ja, ja. Von Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Hat relativ wenig umhergeworfen und ist regelmäßig verschwunden. Regelmäßig ja, aber unregelmäßig auch mal ein bisschen länger, ein bisschen länger da. Ich tappe halt so ein bisschen auf das hier, wenig wenig weggeworfen. Aber, das wollte ich auch gerade sagen, ich hatte vorher auf Guryo getippt, aber jetzt. Ein Yukoi. Dann muss ich wieder was im Bad. Nicht vorhanden im Bad. Verdammt, ich wusste nicht mal, welcher Geist, der sich so ähnlich wie ein Unifall. Also, wir müssen erstmal Schluss machen für diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten. Tschüss.